Damit herzlich willkommen zu einem neuen Tag hier in The Forest. Wir schreiben den Tag 23. Ich bin immer noch mit dem Micky hier. Hallöchen! Der spricht da gerade so oben schön rum und geht jetzt auf den spitzen Baumstämmen hier. Ja gut, wenn dir das Spaß macht, war jetzt runtergefallen. So, ja, wir haben ja die letzten Folgen hier so ein bisschen gebaut, um uns noch etwas weiter von den Eingeborenen hier zu schützen. Und ich denke, da bauen wir jetzt mal ein bisschen weiter. Allerdings will ich mich auch gleichzeitig noch ein bisschen wieder aufrüsten, weil ich will jetzt so in den nächsten zwei, drei, vier Folgen auch mal wieder unter die Erde. Und ich möchte, dass du mitkommst, Micky. Hast du Angst ohne mich? Ja. Nein, aber zu zweit sind wir einfach stärker und ich muss hier mal ein bisschen was trinken. Na komm. Ne, ich möchte aber vorher noch an den Strand, weil ich nämlich Federn dann brauche. Ja, Federn sind wichtig. Dann brauche ich Alkohol, da ich gerne brennbare Pfeile haben möchte. Guck mal, neben dem, unserem Lager, unserem Hauptlager. Ja. Oder warte mal, ich gehe jetzt mal an den Gucken. Oh, ich bin total erschöpft, ich trinke erst mal eine Soda. Ja, das war ich gerade auch am Dach. Hier müsste doch eigentlich irgendwo sogar noch was rumfliegen. Wir sind in der Richtung da vielleicht. Was suchst du denn? Ein Lurch. Ein Lurch. Der Micky sucht ein Lurch. Ne, den wollte ich eigentlich gar nicht suchen. Achso, okay. Hier müsste aber irgendwo eine Decke rumliegen und so. Moment, jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Das müsste eigentlich hier in der Nähe irgendwo sein. Da lag immer ganz viel Alkohol rum. Ganz viel Stuff. Hier war es, genau. Wo finde ich denn die Plattform jetzt? Kommst du mal hier rüber, dann kannst du hier... Ja, ja, warte, ich will hier noch eben die Plattform hier... Sonst ist alles weggelootet. Wieso? Klaust du mir das dann? Ja, aber ich möchte das dann klauen. Äh, da, okay. Ja, aber da finde ich doch gar keine Federn. Ne, aber Boost zumindest. Ja, ne, Boost auch nicht. Ich habe nur Alkohol gefunden. Ja, sag ich doch. Achso, ja, okay. Ich bin ein bisschen doof, man. Ja, das ist in Ordnung. Achso, ja, also es ist in Ordnung, dass ich ein bisschen doof bin. Ja, das ist in Ordnung, dass ich ein bisschen doof bin. Oder ich kann die blauen essen. So, ja, das soll wegsammeln. Zap, 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 zap. Ja, das, was ich halt wirklich... Marigold. Ja, Marigold ist zum Beispiel gut. Oder Aloe Vera, damit wir auch ziemlich gut versorgt sind da unten. Da unten? Wie lange willst du nur da unten bleiben? Ich will die Höhen erforschen. Geplant sind, äh, ist eine Expedition von ungefähr 2,3 Jahren. Ja, das kannst du dann mal schön, äh, selber machen, ja. Ne, du musst ja mitkommen. Du bist mein Expeditionspartner und der Geldgeber. Geldgeber. Ja. Achso. Ja, okay. Bauch, Phil. Hier hast du Geld. Achtung! Wenn mir das jetzt auf den Kopf gefallen wäre, ne? Ja, geil. Es ist schon wieder kein Holz rausgekommen. Da krieg ich ja schon wieder einen Affen. Ja, guck. Das, äh, Spiel bestraft dich. Aber da liegt doch noch ganz viel Holz. Ich hab doch ganz viel Holz, äh, gefällt. Wo müssen wir eigentlich was bauen? Ach, da hinten. Guck mal. Ja, ich will doch hier Plattformen um unser Lager noch rumbauen. Sehr vernünftig, ja. Ne, damit, äh... Haben wir hier noch was? Ja. Oder ist das jetzt bei dir ein Bug, dass, äh, kein Holz da rauskommt? Wenn ich das wüsste, ey. Fällt doch nochmal ein Baum hier. Hier sind da genug. Ja, Sekunde. Ich bring da erstmal noch einen Stamm hier rüber. Ja, Karl. Achso, Karl. Dann setze ich, glaube ich, hier an den nochmal. So, ähm, ach ja, es gibt ja hier noch er... Oh, das war knapp. Äh, äh, Erneuerung in Forest, ne. Wir spielen ja jetzt, äh, nicht mehr die Version 28, sondern 28D schon. Und in der Version 28 sind, äh, die Explosive Zombies, äh, oder Eingeborenen dazugekommen. Die wurden wieder entfernt, so wie ich das mitbekommen hab. Hm. Was schon mal ziemlich cool ist. Und in zwei Tagen kommt auch schon, äh, Update 29, also 0.29. Ich freu mich so ein bisschen darauf, aber ich hab noch nicht, äh, gelesen, was da drin vorkommen soll. Ich blick hier schon wieder nicht diese Baumöglichkeiten, die mir hier geboren werden. Warum geht das hier rauf? Oh, jetzt geht's. Ne, jetzt geht's wieder nicht. Oh, du willst mich doch verarschen. Hör auf! Ja, willst du nicht mal testen hier wegen, ähm... Ich hab mal eben noch ne Wand gezogen. Ach so. So, jetzt, äh, jetzt, äh, fäll ich nen Baum. Pass auf. Hilft ja aber nicht, wenn du keinen Baum fällst. Ich glaube, das Problem hab ich aber nur bei den großen Bäumen. Bin mir nicht sicher. Ich fäll jetzt mal diesen kleinen hier. Oh, ich hab gleich Hunger. Ich muss gleich mal was essen. Und funktioniert's, funktioniert's? Kommt da was raus? Ja, da kommt was raus. Juhu! Da kommt was raus. Das war was sie gesagt. Ja, funny. Oh, da ist Baum. Das Niveau befindet sich wieder auf dem Höchstpunkt. Ja, ist doch eigentlich, äh, ganz normal bei uns, oder nicht? Aber selbst verfreilich. Aber selbst verfreilich. Oh, 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 da war, da war, da war ein Federer, der... Ich hab' nen Vogel totgeschlagen und hab' die Feder nicht eingesammelt. Und ich hab' schon wieder die andere Axt in der Hand. Achtung, Baum fällt. Aua, 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 aua. Nein, nein. Ach, nichts passiert. Sieh so. Ah, toll, jetzt, äh, hab' mir mal das eine im Kopf. Dazu sag' ich mal nichts. So, fertig. Fertig. Mehr, mehr. Wir haben noch viel mehr zu bauen. Ja, aber ich muss ja jetzt erst mal hier noch perfektionieren. Na, hier muss ja dann auch wieder ein Licht drauf. Ah. Sonst fürchtest du dich ja wieder im Dunkeln. Ja, ich hab' ganz großes Angst. Ganz großes Angst. Ja. So, setzen wir... Wo setzen wir das denn hin? Setzen wir hier hin, ne? Da stört's, glaub' ich, am wenigsten. Ah, jetzt haben wir hier richtig schöne Verteidigungsanlage. Dann können die uns mal richtig dick am Popus lecken. Die kommen hier nicht mehr durch. Am Popus lecken. Ja, am Popus lecken. Da hänge ich grad noch ein Lurch. Da ist ein Lurch! Lurch! So, aber der Baum stört mich hier schon wieder. Also wird der gleich mal hier platt gemacht. Na klar, Stickies kann ich nicht mehr tragen. Äh, was hast du jetzt? Warte, hier waren doch noch Baumstämme. Oh, dass man die nie wieder findet, die Baumstämme, die man irgendwann mal gefällt hat. Ja. Selbe Problem hab' ich auch ständig. Da soll man hier ein paar Kräuter ein, auch wenn ich nicht weiß, wofür die irgendwie gut sein sollen. Na, das ist egal. Das finden wir schon noch raus. Äh, was? Coneflower? Coneflower ist bestimmt ganz toll. Aber du weißt nicht, wofür? Mh, doch, doch. Daraus macht man... äh, lecker. Lecker. Ah, ja. Okay, aus Coneflower macht man lecker. Das ist, äh, von unserem Meisterkoch... Micky? Ja. Kannst du eigentlich kochen? Ja, selbstverständlich kann ich kochen. Ich mein' jetzt, ähm... Ohne Magie oder Knorr-Tüten. Oh, äh... Geil'o. Was hast du gemacht? Hast du die Hälfte... Ich hab'n Baum abgeschlagen, an dem ein, äh... An dem ein Lurch dran klebte und der Baum ist umgefallen und der Lurch war in der Luft. Ach so, der hatten wir doch schon mal, da ist... Ah ne, das war mit dem... Mit dem Waschbären, ne? Ja, ich glaube. Das war witzig. So, dann, ähm... Ne, äh, ich kann tatsächlich kochen. Ja, cool. Warum lädst du mich nicht mal ein? Ähm... Weil ich nicht will. Oh. Äh, du bist so fies zu mir. Also kannst du nicht... Hast du mich irgendwann schon mal eingeladen? Ja. Ja, genau. Zu einer Partie Forest hab ich dich eingeladen. Und jetzt hat sie mir beinahe noch den Baum auf den Kopf gejagt. Hör mal, Fräulein. Also das Ding ist einfach, wenn ich koche, dann tatsächlich lieber für mehrere Personen. Weil wenn ich so alleine bin... Kein Problem, ich esse für mehrere Personen. Das werde ich wohl noch mal so ein bisschen hinkriegen. Oh, ich hab mich gerade an einem Pilz vergiftet. Egal. Juhu! So viel zum Thema, ich weiß, was gut ist. Ah, ich hab das nie gemacht. Ja, aber das mit den Pilzen ist ganz komisch, weil... Ähm, ich konnte die ja zum Beispiel nicht essen. Dafür konntest du die essen. Und ich... Baumfeld! Jetzt kann ich die nämlich essen und vergifte mich nicht da dran. Nee, das war ein anderer. Die Pilze, die ich gegessen hab, als wir in diesem Schnee-Biom waren, die waren braun. In dem Schnee-Biom? Die waren... Das waren so braune Pilze. Und die, die ich jetzt hier gegessen hab gerade, das waren so rote Fliegenpilze. Ich weiß nicht, warum ich die gegessen hab, weil Fliegenpilze... Da wird einem ja immer eingetrichtert, äh, das ist giftig. Ich hab's trotzdem gegessen, so. Verklag mich doch. Ähm, willst du das hier wirklich... Ja, okay, jetzt... Oh. Ja, mach. Ja, einmal... Einmal dicht. Ah, okay. Einmal dicht. Wegen dem Seil, weil das nicht draußen ist, wa? Äh, nee, aber ich kann hier durchgehen. Ja, da ist ja quasi theoretisch immer noch ein Baum, ne? Ja, theoretisch, aber praktisch nicht. Ja, aber... Egal, wir können ja irgendein... Ey, genau, wir können hier gleich eine Falle hinmachen, dann rennen die da durch und sterben. Ja, das ist der Plan. Naja, war... Ja. So. Los, Baum, los. Ja, aber zum Beispiel, wo wir halt in den Bergen waren... Oh, 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 oh. Magie? Ja, ja, alles, alles noch hingekriegt. Ähm, da hab ich genau die gleichen Pilze gegessen wie du, aber die bekamen mir irgendwie überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum, aber ging nicht. Hast du schon irgendwo was Neues, wo wir was hinbauen können? Ähm, nee, so schnell bin ich nicht. That's what she said. Ähm, was? Ähm, ja. Ähm, ja, aber ich kann mal hier was Neues hinsetzen, ne? So, warten wir mal. Ähm, wir müssen ja auch nicht immer hier diese Defensive Walls machen. Wir können ja auch mal Steinwelle hinmachen. Weil wir so viele Steine in der Nähe haben, ja? Ja, vielleicht funktioniert ja der Bug noch. Haben die den nicht rausgeschmissen? Ähm, ne, ne, die haben den Holzpack rausgeschmissen, aber... So, das noch da und weiter geht's noch gar nicht, ne? Ähm, ne, die haben die... Dann ziehen wir jetzt dann... So, okay. Wo hast du... Achso, ja. Okay. Ähm, die, 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 die... Ich bin auch jetzt wirklich mal gespannt, wie jetzt hier die nächste Nacht wird. Ob uns das... Also, ich meine, die davor war ja recht easy. Das stimmt. Aber ich würde sagen, wir bauen das hier auch eben... Was hast du gemacht? Nix. Hast du was abgerissen? Nein, nein. Miki, Miki, du musst mal ein bisschen hier aufpassen und ein bisschen konzentrierter arbeiten. Nein. Doch. So, ich fälle eben Bäume. Du kannst dir mal eben da hinschleppen dann. Wo bist du? Und ich bin hier. Das ist ja viel zu weit weg. Hau ich hier mal eben fünf, sechs Bäume um. Ja, hier. Bam, 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 bam. Oh Gott, oh Gott. Guck, dass nicht auf dich fällt. Das wäre auf jeden Fall schön. Da wären wir fast nicht ein Vogel reinkt. Ich will nicht den Stein aufnehmen. Was? Ja, aber dann können wir Steinwelle bauen. Und, 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 und. Ach, schade, Miki war schon weg. War ja exakt. Der Baum wäre super und perfekt auf dich gefallen. Das mag sein. Und ich, äh, finde trotzdem, dass du ein Dreck seit bist. Oh. Ich weiß auch nicht, warum ich nach jedem, äh... Hörst du hier jetzt eigentlich auch gerade Kindergeschrei? Oder sind das diese Scheißplagen bei mir im Haus? Ich denke nicht, dass ich Kindergeschrei gehört habe. Ja, kann ja so sein, dass wir das hier hinzugefügt haben. So ein bisschen Gruselfaktor. Das wäre ernsthaft so Gruselfaktor, ja. Bah! Oh, ich glaube, ich habe jetzt aber schon so ein bisschen viel, ne? Ja, das dürfte auch erstmal reichen. Also die Wand ist mal wieder fertig. Ja, willst du dann noch eine neue ziehen? Zieh mal eben eine neue. Oh, die Wand ist noch nicht fertig. Zwei noch. Ja, ich ziehe gleich auch eine neue. Ist einmal das Holz durch mich durchgefallen. Verrückt. So. Zack, zack. So, jetzt gucken wir mal eben. Noch eine neue Wand. Oh, scheiße, hier habe ich das Seil auch nicht. Oh. Guck mal, dass du hier aber eine Aussparung machst, ne? Dass du das hier so rumziehst. Wie, was rumziehst? Ja. Um das Seil rum? Das Seil nach draußen? Genau, das Seil nach draußen. Damit wir hier auf jeden Fall einen Punkt haben, wieder in die Base reinzukommen. Ich muss da mal wieder Probleme setzen. Ich weiß nicht, was das immer ist hier. Irgendwie eine Anzeige fehlen oder so. Ich habe keine Ahnung. Mann! Mann, das wird Nacht und ich will noch ein paar... Ich kann das Ding nicht dran setzen. Warte, ich probiere erst mal hier. Das ist doch ein Bullshit. So, definitiv, Bullshit. Jetzt gucken wir mal, ob wir das gleiche Problem haben, wie... Miki. Oder Sils war je... Ah, okay. Ich muss eine bestimmte Länge haben. Dann würde ich das hier hin machen. Was soll ich hier hin machen? Wo ist der nächste Baum? Hier. Wir hätten vielleicht auch erst mal gucken sollen, wo wir hier eine Plattform dran bauen können. Ha! Aber ich finde, so geht das eigentlich ganz gut. So. Ja. Ja, okay. Aber ich glaube, hier kann ich nämlich gar keine Plattform dran setzen. Ich fälle mal den einen Baum und gucke mal. Ich gucke mir das mal von oben an gerade. Ach so, ich habe schon... Da geht es rein. Genau. Ich finde auch, wir könnten auch ruhig mal wieder auch eine Brücke reinmachen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Oh, hier sind hier drei Bäume. Ich nehme mal das Katana zur Hand. Und mache schon mal ein paar Mollis. Wie Pfeile habe ich? Zwei. Okay, damit komme ich nicht weiter. Ähm... Ich gucke mal, ob ich hier noch... Wo ist... Ah, dass ich immer diese Plattform hier suche. Da, Plattform. Ja, genau. Genau an den anderen Baum. Kriege ich das nicht hier ran? So, ich habe ein paar Mollis gebaut. Ich bin quasi gewappnet für den Kampf. Toll, jetzt passt das hier nicht mehr dran. Was ist das? Ach so. So, ich würde sagen, da... Denk dran, dass die Nachbarn gleich kommen. Ja, ja, ich weiß. Ach, jetzt hat es geruckelt. Scheiße, mal. Nochmal einmal komplett drehen hier. Ich gehe nochmal rein und ziehe mir mal eben einen Hasen oder einen Leuch rein oder sowas. Wie machen wir das denn hier? Nein, ist egal. Mhm. Ich möchte ganz gerne was aufhängen. Das ist mal wieder ein Problem. Genau. Immer noch ein Problem. Ja, das... Das Spiel, ich denke, jo, äh, der will bestimmt was futtern, anstatt was aufzuhängen. Ach so. Aber jetzt habe ich den Punkt erwischt. So. So, okay, ich hoffe, ich versuche mal hier noch so viele Baumstämme zu holen, wie es nur geht. Mhm. Natürlich. Und, äh, ja, ich würde dann aber auch sagen, bevor die Nacht wirklich anbricht und es mal wieder, äh, mit den Eingeborenen losgeht, sage ich schon mal, äh, ciao. Ja, ja, da werden wir weiterbauen, hier noch ein bisschen, und sagt dann auch bis zum nächsten Mal und danke, dass ihr zugeschaut habt. Auch von meiner Seite aus war es das, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne diesen Part bewerten, indem ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Ein Abo da lassen wir auch. Super, Dorfte. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ja, ciao.